Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marco Lovic und heute geht es um meinen neuen Gaming-Channel, Lovic GDG. Ich finde persönlich, dass wenn man eine Passion hat, vollkommen egal, ob das jetzt Zocken ist, ob das jetzt Skateboardfahren ist, ob das jetzt Tanzen ist, was auch immer, dass man diese ausleben sollte und dass man das nicht unterdrücken sollte, nur weil man im ersten Moment damit kein Geld verdient. Ich beispielsweise zocke ab und zu mal ganz gerne, da ist dieser Move, denke ich, der richtige. Zumal ich natürlich viele, verhältnismäßig viele TikTok-Follower habe, die auch gegebenenfalls noch etwas jünger sind, die daran auch interessiert sein könnten. Dann nutze ich natürlich die Chance, um einen Gaming-Channel zu machen, wenn ich sowieso schon zocke, dass ich dann auch Videos poste und damit Reichweite aufbaue. Wenn du jetzt also gerne singst, wenn du jetzt also gerne tanzt, wenn du jetzt also gerne Skateboard fährst, dann kannst du das natürlich weiterhin machen. Ich würde dir raten, das zu filmen, hochzuladen oder ein Coaching zu schreiben oder ein Programm zu schreiben oder irgendwelche Produkte davon zu releasen, so dass du eben mit deiner Passion Geld verdienen kannst. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr noch am Mittwoch ein drittes Video pro Woche von mir sehen auf lovich.gg. Da werde ich nur League of Legends Videos hochladen für alle, die sich dafür interessieren. Wenn du da draußen eine Passion hast, die du noch nicht auslebst, wenn du gerne rumfliegst, Kameramann bist, dann fang an, das zu machen. Lad Videos hoch auf TikTok, YouTube, Bilder auf Instagram, vollkommen egal, fang mit irgendetwas an. Versuche mit deiner Passion Geld zu verdienen, denn das wird zehnmal mehr erfolgreich sein, als das, was du denkst, was erfolgreich sein wird. Wo du dabei gar keinen Spaß hast. Denn wenn du an etwas Spaß hast, kannst du mehr Zeit, mehr Energie, mehr Motivation reinstecken. Das wird natürlich dann deutlich erfolgreicher, als etwas, was generell gesprochen eine gute Idee ist, die allerdings keinen Spaß macht. Wo du keine Motivation hast, wo du keine Ausdauer hast. Kümmer dich lieber um deine Passion und starte mit einem Gaming Channel, wie Gaming deine Passion ist. Oder starte mit einem Skateboard Video Channel. Geh zu DSDS, wenn du singen kannst. Geh zu Germany's Next Topmodel. Wenn du denkst, dass du gerne Model wärst, dann mach das einfach. Zieh das Ding durch, lass deine Träume nicht nur Träume bleiben, sondern versuch, deine Träume zu leben. Wenn ihr Lust habt, checkt meinen Channel aus. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns die Tage zum nächsten Video wieder. Haut rein!